Hey Champs, schön, dass ihr nach so langer Pause zu meinem Video gefunden habt. Ich möchte mit diesem Initialvideo meine Reise in eine noch ungewisse Zukunft mit verschiedenen Ideen und Plänen starten. Ich werde von meiner Mission reden. Diese wird viele militärische Parallelen haben, um durch eine strukturierte Planung, die am Ende zum Erfolg führen soll und bei Hürden und Problemen, die kommen werden, und die werden definitiv kommen, klare Ansätze bieten, um nicht aufzugeben, sondern neue, andere oder bessere Lösungsansätze zu finden. In den letzten Monaten und Wochen bin ich erfolgreich in meine Mission gestartet, aber mindestens genauso oft gescheitert. Mal lag es an meiner Motivation, mal an meiner mentalen Stärke bzw. Schwäche oder ganz einfach an meinem dringenden Energielevel. Diese Fehlschläge werden wiederkommen. Aber ab nun werde ich meine Mission hier im Videotagebuch mit Spezialfolgen und anderen Themen festhalten. Anfangs konzentriere ich mich auf ein einfach gehaltenes Vlog-Format, ohne große Schnitte, damit ich mich hiermit nicht direkt übernehme. Teilweise lehre ich auch ab, schreibe im Skript, damit ich ein strukturiertes Vorgehen habe und das wird nach und nach ein freies Reden übergehen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Heute ist mein Initialvideo. Morgen am 28.08.23 starten meine ersten beiden großen Challenges. Die erste Challenge wird sein, ich möchte meinen Trainings-Blog, der 10 Tage beinhaltet, komplett so durchziehen, wie er geplant ist und mir nichts in die Quere kommen lassen. Natürlich Verletzungen, schwere Krankheit ausgenommen. Aber hoffe immer auf das Beste. Diese lade ich entsprechend im Discord hoch, dass ihr den Plan sehen könnt. und werde dann Tag für Tag oder nach ein paar Tagen eine Zusammenfassung machen und das Ganze nochmal wiedergeben im Detail. Ich könnte gespannt sein. Ich bin es auch, wie das Ganze dann stattfindet. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Ja, sobald das Ganze fertig ist, werde ich das Ganze hochladen und bearbeiten, beziehungsweise bearbeiten, hochladen und es soll auch eine Homepage folgen. Falls ihr kein Discord habt, werde ich das entsprechend auf dieser Homepage hochladen. Dies ist aber noch in Bearbeitung, das dauert auch noch ein bisschen. Sobald die fertig ist, landet hier unten der Link. Also gerne hier ab und zu mal reinschauen. Ja, die zweite Challenge wird begleitet von einer 30-Tage-Challenge Liegestütz. Jeden Tag einen sauberen Liegestütz durchführen. Das heißt, eine Sekunde halten, zwei Sekunden runter, eine Sekunde halten, dabei nicht ablegen, zwei Sekunden hoch, eine Sekunde halten. Tag 1 eine Wiederholung, Tag 2 zwei Wiederholungen und so weiter bis Tag 30, 30 saubere Wiederholungen durchgeführt werden. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, um mitzumachen oder mich zu begleiten bei dieser Reise. Wir können uns sowohl im Discord als auch hier in den Kommentaren gerne austauschen um gegenseitig Strategien durchzuführen, dass man nicht abbricht, die Motivation zu halten oder von gegenseitigen Erfahrungen zu profitieren. Ich freue mich auf diese Mission und natürlich über jeden, der mich begleitet. Also lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ihr kennt es ja, Glocke an und macht ordentlich Radau unten in den Kommentaren. Und wenn der Rabatt stimmt, dann werden wir auch entsprechende Reichweite bekommen. Für die, die es noch kennen, der Champions Club wird nach und nach wieder integriert. Aber erst einmal kümmere ich mich ums Vlog und um meine mentale Stärke, um meine Befindlichkeiten, um dort ordentlich durchzustarten. Und der Rest wird nach und nach kommen. Ich freue mich auf die Reise und herzlich willkommen an jeden, der mitmacht. Bis zum nächsten Video. Haut rein! Tschüss! Tschüss!